Was habe ich jetzt für ein Eich abgelassen? Habe ich gedacht. Klarin soll es auch besagen. Und jetzt sind wir hier. Ich fühle mich wieder nach gut. So habe ich das Survival kennengelernt, habe ich das schon länger im Kopf. Und so habe ich gedacht, wäre es sicher mal cool, mitzumachen. Nachher ging es darum, wer mit Nick geht. Er hat zuerst seinen Vater gefragt. Er hat zuerst gesagt, das mache ich nicht. Ich komme nicht so lange im Fernsehen. Dann nichts, krummes, verboten nichts, weiches. Es ist wie meine Stämme. Nachher ist Nick dummerweise zu mir gekommen und hat gesagt, den du machst mit. Und ich habe gesagt, Nick, was du machst, mache ich auch. Ich habe dann noch nicht genau gewusst, worum es geht. Ich habe dummerweise zugesagt. Und ich habe gedacht,